So, herzlich willkommen zurück. Ja, neuer Tag, neues Glück. Man sieht, halb neuner. Man sieht, hübsches Bild. Man sieht alles. Ich fühle mich entblößt. Ja, was mir aufgefallen ist, das, was ich befürchtet habe, mit dem ganzen 4K-Hochladen bei YouTube und so, warum ich das eigentlich erst machen wollte, wenn ich Glasfaser habe, also einer der Gründe, ist ganz einfach, weil YouTube immer noch dabei ist oder mein Rechner immer noch dabei ist. Mein erstes Testvideo, was ich gestern Abend gegen 20 Uhr aufgenommen habe, wie man hier sieht, so jetzt, da ist er bereits seit 10 Stunden dabei, das Ding hochzuladen. Es ist einfach traumhaft. Und er braucht halt immer noch 2 Stunden 45. Es ist einfach traumhaft. Es ist traumhaft. Ja, ich bin mal gespannt, wann die ersten Folgen von der eigentlichen Aufnahme, die ich gestern Abend gemacht habe, also das von Sörens Server, wann da die erste Folge denn online ist. Ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich nicht vor heute Abend ist. Wenn überhaupt. Ja. Na gut, lange Rede gar keinen Sinn. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los, beziehungsweise machen weiter, beziehungsweise was auch immer. Ja, genau. So, das heißt, schwupps und schwupps und nein, wir brauchen, die andere Simulator könnten wir auch spielen, aber nicht jetzt. Ich wollte die Schaben. Genau. So. Da ist sogar gerade wieder einer on. Sehr interessant. Sehr interessant. Gut. Ach, hier bin ich. Das wird mir Spaß mit dem Hochladen. Ah ja, ich meine, eine Datei hat halt 7 Gigabyte, ne. Das ist schon, ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Ist schon echt nicht schlecht. So, mache er hin, und wer ist on? Wert. Hi, Wert. Du wertloses Stück. Scheiße. Nein. Lieber nicht. So. Oh. Du bist nichts wert. Was haben wir gestern gemacht? Ach so, genau. Wir haben hier hinten den Teich gemacht. Und hier wollen wir noch ein paar Felder bauen, wollten wir. Haben wir überlegt, haben wir. Dann tun wir auch dies. So, brauchen wir aber erst mal eine wunderschöne Ho. Hi. Eine wunderschöne Ho. Ho, ho, ho. Machen wir aus Stein. Ja, das war intelligent. Denn bei einer Ho, ist es ja, ne, ist es ja egal, ob welches Material die ist. Das Material bestimmt nur, wie lange sie hält, und nicht wie schnell sie ist. Von daher, können wir das durchaus so machen, wie wir es wollen. So, ich mache mal vier lang. Ich glaube, vier reicht, also vier funktioniert gerade so. Oder, ach ne, vier war bei mein Klon, ne? Ups, ja, ich habe, A, habe ich fünf lang gemacht, und B hält es doch nur drei. genau, vier war nämlich bei meinem Klon. Eben, mein Test hatte nur drei. Okay. Gut zu wissen. Dann wissen wir, dann wissen wir schon mal, wo wir hier, äh, das Gras entfernen können, und, ähm, eins, drei. Ja, und da können wir eigentlich drumherum auch, auch Riesenfeld machen. Oh, Sören ist da. Nice. Was sind wir alle froh? Ja, darf ich raten, weil Ronix dein Let's Play Name ist, ist das Du Let's Play, äh, ist das Du Let's Play machen, oder was? Ja. Yep. Ich, äh, mache ein Let's Play, der, ist ja auch egal. So. Äh, weg da, weg da. Dieser Scheißbaum ist im Weg. Du wert, du so ein Stück Scheiße. Würdest du mich jetzt gerade mit dem Buch hauen? Ist das ein Telefonbuch? Wenn ja, gibt's extra Damage. 1, 2, 3. Äh, lalalalalala, lalalala. Doink. 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 So. Wir müssen mal gucken, ob wir die ganzen Kanten hier so gerade machen. Also hier zum Beispiel die Kante Opfer, die die vier einfach zum Beispiel wegnehmen. Weil es mit dem Feld würde halt scheiße aussehen, wenn die so Kanten drin sind. Ich glaube, wir machen das doch einfach mal. Das heißt, ihr kommt hier weg. Dann kommt ihr weg. Äh, hier geht's. Hier geht's auch. Hier, der kommt weg. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Wie sieht's hier aus? Hier geht's, hier geht's, die beide kommen weg. Äh, wobei ich mit dem Wasser hier blöd sein könnte. Keine Ahnung. Also es hätte funktionieren müssen, aber ich bin auf Nummer sicher und lasse die lieber da und mache sie lieber breiter. Äh, sieht doch gut aus. So wie sieht's hier aus. Ach so. Ja, genau. Okay. Dann, äh, do, 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 do. So. Ah, lalalala. Ah, lalalala. Ah, lalalala. Das war grad laut. Da, 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 da. Ich bin mal Kaffee trinken. Ah. So. So. Es gibt nichts Schöneres als klassische, gute, alte Feldarbeit. Äh, du kommst hier auch mal weg. Weißt du was? Du kommst auch mal weg. Dann haben wir hier so eine kleine Ab-A-Dings-Abums da. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Wir machen mal dichter hin und du kommst hier weg. Du kommst da auch weg. Würde das so gut aussehen? Ja, doch. Das sieht... Äh, nicht wirklich. Ich mach euch bald mal wieder hin. Ja, so kann man das schon lassen. So. Nein, meine Hau ist weg. So. Ich mach das Feld aber nicht bis ganz ran, sondern so sollte reichen. Hier mach ich eins weiter. So, dass der Baum quasi auch ein bisschen frei steht. Nicht, dass der Baum, äh, unserem Saatgut die ganzen Mineralstoffe klaut. ne, dann geht, dann gehen uns die ganzen Erdbeeren ein. Das soll ja nicht sein. Übrigens, by the way, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile auch, ähm... Ah, äh, äh, dadurch, dass ich ja mittlerweile auch an der Schule arbeite, ja, wissen ja viele noch gar nicht. Ich bin ja ITler, also IT-Admin an einer Schule. Ah, VokoscreenNG geht bei mir wieder. Nice. Ich, nee, was? Nehme auch gerade mit Vokoscreen auf. Klappt süppi. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau. Da ich ja mittlerweile, äh, Admin einer, 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 an, an, an unserer Schule bin. Äh, also IT-Admin an meiner Schule, da wo ich arbeite. Ich mach die Dinger hier mal weg. Ähm. Hab ich halt überlegt, ob ich unsere Schule mal davon überzeuge, ob wir an unserer Schule nicht einen Mindtest-Server aufmachen, so einen Schul-Server. Das Problem ist halt, unsere Schule ist halt eine, also ist halt ein, ähm, ist halt ein OSZ, also ein Oberstufenzentrum. Und da weiß ich nicht, ob da sowas, also, ne, wenn, wenn es jetzt so eine Sonderpädagogik-Schule wäre, ich glaube, da würden sie das mit offenen Händen begrüßen. Bei einem OSZ, weiß ich nicht. Weil bei K.O. ging, äh, ging es nicht mehr? Hä? Ich hab doch auch K.O. Buntu. 20.04 LTS. So, damit ist das Feld schon mal fertig. Jetzt können wir die ganzen Sachen hier, äh, ernten, pflanzen, sehen. Loll. Hast du ne NVIDIA? Wenn ja, schmeiß raus die Scheiße. Ah, wir wollen es mal zensieren. Okay, bei Ubuntu ruggelt es nicht, aber bei K.D.E., also bei K.O. Buntu, da ruggelt es. Die nutzen doch eigentlich die gleichen Treiber, oder? Gut, kann sein, dass bei K.E., also bei K.D.E., der Composite ein bisschen anders arbeitet. Naja, wer weiß. So, ähm, so, wir brauchen, ähm, was brauchen wir denn? Wir brauchen, nein, wir brauchen, äh, dich und dich und vor allen Dingen dich. Du bist mein primäres, äh, Gedings. Was, was will der hier? Kein Respekt mehr. So, machen wir eine Seite erstmal voll mit, äh, Wolle. Upsala. Ähm. Nope. Ist geschützt. Bäume fällen kannst du bei dir selber. Du wertlose Stück. Ist ja gut jetzt. Sorry, ich weiß, was sagt man eigentlich nicht. Aber sein Name ist halt prädestiniert dafür, ihn einfach, äh, ja. Ihn einfach zu einfachen. Hey ho Leute. Egal, äh, was. Egal, bin froh, dass ich, na dann, einen PC-Desktop bekomme. Stimmt, die nimmt ja per Laptop auf. Da habe ich ja letztens das Video da von ihr gesehen. Äh. Die nutzt ja dieses, dieses, dieses... Warum ist hier einmal gelb und einmal... Ach so, äh, wahrscheinlich macht sie das hier über die Konsole. Das, was hier so gelb ist. Nicht wundern, nur weil ich, äh, mit Soren spiele, dass ich jetzt keine Aufnahme mache, hab bis Folge 35 schon. Äh, 53 schon. Arbeite, Wochen vor. Lol. So. Okay, das heißt, diese Seite haben wir jetzt hier, ähm, was auch immer. Und auf die Seite kommt jetzt, also das, alles andere. Das heißt, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Und das war's. So. Äh, ähm, tut 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 tut, bop, 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 bop. So. Ach guck mal, wir haben hier noch welches. Warum sagt mir das denn keiner? Da haben wir auch noch welches. Warum sagt mir das denn keiner? Wollt mich verarschen. Ach nee, wir haben gar nichts aus den Kisten rausgenommen. Das, was ich hier gerade eingepflanzt habe, ist das, was wir hier abgebaut haben bei den Kraftbücheln. Kann das sein? Das wäre wieder so typisch, äh, ja. Einfach typisch. So. So, bis jetzt perfekt passen. Perfekt. Nice. Jutschen. Dann können wir jetzt endlich mal anfangen, ähm, das Feld hier ein bisschen wachsen zu lassen. Und, äh, los, zeig mir dein Versteck. Kann es sein, dass es tatsächlich von mir flüchtet? Ja, wo ist denn Sinn? Es ist diszipliert. Na gut. Uah, ja. Ähm. Oh. Barski ist wieder on. Hi. Barrrrrrr. Wie wird er geschrieben? Barsik. Nur Corona? Ernsthaft jetzt? Ach, wie wert du, wie wert du so schick, scheiße. So, jetzt, 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 jetzt geht mal hier alle ins Bett. Alle ins Bett. Ich will schlafen. Es ist doch schon nachts. Mädel, mach die Augen auf. Ich will auch nur ins Bett. Stellt euch mal vor, ihr würdet im echten Leben so ins Bett gehen wollen, so tagsüber. Und das Bett schmeißt euch einfach direkt wieder raus und sagt, nene, nene, gut nachts. Weil dunkel. Äh, 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 los, ab ins Bett. Ich, äh, äh, jetzt, geh, tu doch, mach doch. Ich, au, ich, du, dich, dich, du, dich, dich. Äh, 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 das funktioniert, nee. Ich brauche ein neues Bett. Das ist kaputt. Sag mal, wie dunkel soll es denn bitte noch werden? Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott, wo ist das Bett? Hallo. 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 Schnitt mal mit. Ah. Oh. Oh, ich fliege weg. Ach ja, der Bug wurde jetzt zwar bei 5.4 gefixt, aber der Server läuft ja noch mit 5.3. Von daher fliegt man hier immer noch beim Bett weiter. Ja, also ich bin schon mal im Bett. Die anderen drei fehlen noch. Gut, warum ist es denn mit dunkel? Hä? Was ist denn mit dunkel? Ich, äh, kanns mal lesen. Ich hab gesagt, ins Bett, weil dunkel. Da. So, egal. Wir machen jetzt mal hier, ähm, Vollpause, also nächste Folge und so. Tschüss.